hey freunde willkommen zurück zum mega projekt so sieht es nämlich aus das ding da oben funktioniert das finde ich richtig cool es sieht ein bisschen sehr technisch aus irgendwie so leicht komisch aber es funktioniert das ist die hauptsache jetzt brauchen wir noch ein paar weitere pipes und dann haben wir unendlich schweinefleisch schweinefleisch wenn diese vier irgendwie da reinspringen manche muss auch ein bisschen nachhelfen ich bräuchte hier eigentlich turtles die nur schlagen und die vier so ein bisschen verscheuchen dass sie hier reinfallen guck so das baue ich mir noch das probiere ich mal aus ob man die törte mit einem halben attack attacken kann so dass deine tech tech ist normale bereichen hier wirklich das schießt so aus aber jetzt will ich mal genug davon haben gut attack attack schade dass diese band nicht mehr gilt wer von euch kennt noch attack attack haben sie jetzt aufgelöst glaube ich letztes jahr oder so war eine wirklich geniale transcore band oder elektrochor oder wie heißt das teabag corp ne da gibt es einen anderen namen für ach ich weiß es nicht auf jeden fall eine sehr coole band die sich leider aufgelöst hat aber ihr vermächtnis ist noch vorhanden wir machen einfach eine iron chest hin weißt du wenn wir schon haben können auch gleich diese eine iron chest die wir noch übrig hatten hier hinstellen das heißt wir haben uns ja sogar auf die chest zu rammeln alter dieser server ist komisch man rammelt chest so jetzt kann man hier die chest hinstellen und ab sofort landet alles zeug hier drin gut machen wir uns nämlich noch zwei turtles ich will jetzt nämlich sehen ob das mit dem schlagen funktioniert machen wir einfach weil fru attack du und ja da müssten da unten dann eigentlich schon die ersten schnitzel drin landen das ist ja perfekt das ist ja wirklich gut zack zack ich gehe rein also springen natürlich extrem rum das war's verschluckt so bald einen ein schweiner unten drin das gibt es für es keine hoffnung mehr traurig aber war ja na 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 ja das ist das schön ich brate mein schweinefleisch ganz selbst ich baue es selbst an wo der war gut der war ist gut also jetzt die turtles vorher noch mehr schweine fleisch schweinereien machen wir brauchen der computer 200 zahl haben wir auch gerade noch genug zeug was ich habe schon wieder 21 leite schweine fleisch sauer werden verstanden computer zwei stück und natürlich braucht man dafür irgendwie wir ein bisschen eisen eisen war das zeug was ich nie habe ich habe was gelesen in den kommentaren dass man das zeug hier mese raten kann das probiere ich jetzt aus geht tatsächlich und was kommt dabei raus das ist ja geil das heißt ich kann mir das ganze zeug hier klein hauen das ist genial wo ist eigentlich mein übertakt er macht die sind schon hier drin weiß und das zeug kann ich mir jetzt nicht hernehmen brennen und bekommt davor trau normales allen das heißt ich kann wirklich aus diesem iron normales machen das ist echt gut das ist echt ein fortschritt in der technik dann 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 machen wir ein bisschen schneller dankeschön zwei eisen nutzen wir zwar im prinzip erst mal gar nichts aber es ist schön dass es funktioniert jetzt bräuchte ich meinen minimum stone der nicht losgeworden bin habe ich zwei diamanten aber kein minimum mehr nach ist das traurig aber das ist gut dass jetzt dieser trick funktioniert das würde mir noch weiterhelfen haben sich die entwickler wahrscheinlich gar nicht viel gedacht so auch ja wenn du das klein was kommt das raus so ja mal mittagspause aber das ist tatsächlich jetzt in diesem moment so viel weiter hilft hätten die auch nicht gedacht glaube ich ja dann weiter hier dumpf rum sitzen und zugucken und verteilen das ganze auf 2 auf damit es ein bisschen schneller geht ich finde das echt toll so jetzt haben wir schon fast genug jetzt brauchen wir noch zwei können auch gleich machen so und noch vier eisen bitte zwei und drei reicht perfekt für zwei törtels jetzt bin ich gespannt ob das funktioniert irgendwie gab ein bisschen das fleisch aus ach ich habe ja noch ein stack ach na dann wusste ich gar nicht so und er jetzt müssen wir natürlich an schlauen stellen positionieren also ich bin einerseits für hier und fackel gerade steht was passiert wenn es also ein schwein davor läuft ich will einfach mal sehen ob es geht eine idee attackiert nicht guck mal die brauchen glaube ich echt schwer damit sie draufhauen irgendwas anderes ja pissen können wir benutzen aber keine ich habe eigentlich keine lust jetzt hier mit pistons zu arbeiten müssen da passiert definitiv nichts schade ich hätte mich echt gefreut weißt du so aber wenn wir die wenn wir die normal draufhauen lassen dann wenn wir jetzt schwerter geben weißt du die machen die gleich wieder kaputt da bleibt von den schweinen gar nichts mehr übrig wir können ja mal gucken wer effektiv die falle bis jetzt war wie viel schwein jetzt allein schon hier in diesem moment zusammengekommen ist hey das reicht doch weiß ich habe so wenig hunger im allgemeinen ich brauche gar nicht mehr als diese falle so ineffektiv wie sie momentan ist zusammenbringt das ist weiße muss nicht sein muss nicht sein gut also wieder etwas abgehakt ich bin ja richtig produktiv heute ich mache schnell das mit den turtles das nervt mich jetzt gerade wir brauchen das markte 1 durch wenn hier ist auf ihre kuhle 123 123 das heißt nur 12 12 und dann machen wir den schnell ihre schwerter so dass sie ein bisschen draufhauen können ist vielleicht ganz cool 12 12 so viel platz haben wir gerade noch im inventar military sehr schön und wenn ich die jetzt irgendwo hinstellen dass das hier oben nervt mich auch ich glaube ich glaube ich selbst echt so hin dass die von hier oben verschwinden leider ja gar nicht hey wer hier auch kommt der wird erst mal wieder runter geschlagen dann sage ich hier edit start up weil fude turtle punkt attack hallo hallo edit start up und ich habe mich davon geschrieben vor safe exit reboot vielleicht habe ich auch nur jetzt ist wieder nichts mehr wahl alter ist echt bösartig alter schlecht die frage sollen wir die hier attackieren lassen die meiste zeit ja weil hier ist die wahrscheinlichkeit nicht so hoch dass sie reinfallen ja wir machen das hier start ab du törtel punkt attack and exit exit reboot das ist natürlich nicht so beabsichtigt dass die die schweine sofort töten naja aber sie sammeln das schweinefleisch das ist okay also das hier ist inzwischen echt die ultimative schweinungs alter fällt er überhaupt noch was rein weißt du sollten sie eigentlich zurückwerfen sie nicht direkt töten kann man den auch schwächere schwerter geben das ist echt mies ein großteil der schweine stirbt einfach vielleicht habt ihr eine lösung also momentan funktioniert das ja schon relativ gut aber ich jetzt hier was passiert wenn ich jetzt hier schweinefleisch reinschmeiß wird das dann gebraten oder verbrennt das einfach wir machen wir hier wirklich dass das die wir haben jetzt ganzer fleisch schweinefleisch rein gucken was unten passiert schnell durch den drop und gucken mal zu okay ich habe das blöde gefühl das bringt überhaupt nichts haben gerade schweinefleisch oder grand Mary sie Somebody dream in der hohe das ist ja pel whatever die Hose das ist die jacke wie Hose muss zu sagen werden den liefern alternator der einzige rapper den ich übrings an höhe das ist auch nicht so geil wenn die vorne gehen dass können wir solche nicht machen wir lassen sie aber trotzdem hier stehen weil sie süß aussehen ich will doch ausschalten tun wir nicht das ist leider keine lösung trotzdem ist das hier schon mal ein guter anfang und es passt auch irgendwie ein bisschen weil sie hier so es sieht nicht wirklich großartig aus und ja da tut sich was und das ist das ist schön doch damit kann man auf jeden fall arbeiten ok irgendwie schwul angehört und kann verarbeiten dann heißt es wie ich wäre schule der menschen was machen wir jetzt hier rein ich habe da auch noch keine ahnung auch da gerne in die kommentare gut was wir auf meinem zettel das nächste mal gehen wir auf reise und dann habe ich gar nicht mehr so viel ich habe noch ich habe noch ideen leute also ich denke 20 parts kriege ich noch voll danach wird schwierig aber bis dahin sage ich vielen dank fürs zusehen das war let's play mega projekt und ich bin jetzt raus